ja stellt euch mal vor star wars und per anhalter durch die galaxis und so weiter ist nicht nur science fiction ich meine schaut doch mal hoch universum multiversum wer da glaubt dass wir die einzigen lebensformen sind oder die einzigen mit bewusstheit entwickelt wie das denn da draußen sind andere mit höherem bewusstsein als die meisten menschen im moment noch hier aber auch mit weitaus niedrerem oftmals dann hohe IQ aber kein herz irgendwann mal so entschieden und dann abgetrennt heute morgen habe ich glaube das dritte mal in meinem leben so zwischen schlafen und wachen in dieser aufwachphase auf einmal was gehört es muss keiner denken ich habe eine meise oder so ich weiß genau wann es irgendwie sowas ist beim ersten mal schon ein bisschen länger her da bin ich wirklich erschrocken und jetzt habe ich mir vorgenommen ich bleibe total im vertrauen auf gott auf den göttlichen plan dahinter wie will man das alles wenn man mehr weiß und mehr wahrnimmt sonst sowieso verpackt bekommen und der verstand hat so starke grenzen der versteht es nicht meiner natürlich auch nicht habe ich auch ja mir angewöhnt was ich nicht verstehe loslassen ins vertrauen gehen und die formieren sich auch neu die lichtvollen kräfte da passiert ganz viel aber auch die dunklen diese andere seite die hier überhaupt noch nicht losgelassen hat es ist zeitenwende ihre zeit ist abgelaufen aber die haben es halt noch nicht akzeptiert und da habe ich was wahrgenommen wie so eine komische sprache und ja so ähnlich wie erst prozess also so ein paar worte die waren ich meine was ist sprach das sind schwingungen elektromagnetische wahrscheinlich ich habe da ja mal weiß wenn ganz jung so eine erfahrung gemacht wie das kodiert wird und da habe ich das so wahrgenommen und seitdem wusste ich okay gedanken sind schwingungen und das wird danach sozusagen erst in verschiedenen sprachen wie kodiert und da waren anscheinend so ein paar elemente aus der weltsprache hier drin englisch nehmt doch einfach nicht alles ich erzähle es ist nicht um mich wichtig zu machen es ist noch mal meine message wer es schon zulassen kann denn ich hatte gerade auch ein gespräch der war für gewisse dinge offen für andere dinge gar nicht weil wenn man kein glauben hat und kein gott vertrauen man keinen glauben hat den göttlichen plan dahinter da kann man das auch gar nicht annehmen da wird man ja verrückt da verliert man den sinn im leben den boden unter den füßen und alles und nicht vergessen menschen sind gut menschen haben ein herz ich meine mehr oder weniger